Fahrrad Hane ist das führende Fachgeschäft für City, Jugend und Kinderräder, für Mountain- und Trackingbikes sowie für Pedelecs. Das Unternehmen existiert bereits seit 1930 und wird in vierter Generation geführt. Hane ist der richtige Ansprechpartner, wenn es ums Fahrrad geht. Der Fachhändler präsentiert in seiner attraktiven Ausstellung im Welfenhof mehr als 300 Räder der unterschiedlichen Gattungen. Und das dank der Großeinkäufe über die Einkaufsgenossenschaft ZEG zu besonders günstigen Preisen. Auf Lager stehen weit mehr als 1000 Räder führender Hersteller wie Pegasus, KTM, Kalkow, Bulls oder Pucki. Marc Katholing, Inhaber von Fahrrad Hane, freut sich über die zunehmende Fahrradbegeisterung. Die Fahrräder sind einfach leistungsfähiger geworden. Wir haben heute Fahrräder, die sich viel leichter fahren lassen, schöner fahren lassen, als das noch vor vielen Jahren der Fall war. Bessere Gepäckträgersysteme, die Räder sind alltagstaugter geworden, viel, viel bessere Lichtsysteme und natürlich auch teilweise mit Tretunterstützung, sodass man auch lange Strecken problemlos fahren kann. Fahrrad ist längst nicht mehr Fahrrad. Die Nachfrage ist differenziert. Und die enorme Vielfalt bei Fahrrad Hane trägt dem Rechnung. Die neuen Trends im Fahrradbereich liegen natürlich zum einen im Bereich der Pedelecs, weil wir dort durch größere Akkus mehr Reichweite generieren, neue Motoren haben. Wir haben im Mountainbike-Bereich neue Laufradgrößen bekommen und sehr leichte Trekkingräder werden nachgefragt. Fahrrad Hane hält neben den Rädern jede Menge Zubehör parat, angefangen bei Ersatzteilen über Reifen, Schlösser und Transportutensilien. Und selbstverständlich ist dem Handel eine Fachwerkstatt angeschlossen. Die Kunden werden bei Fahrrad Hane rundum kompetent beraten. Aufdrückt man mich, um einen Kontaktsperl zu lösen.